Seacrauts Alle, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben, nämlich unserem ersten Adventslichterketten-Gewinnspiel und ihre Geschenke noch nicht bekommen haben, hatte ich ja damals auch in einem Auslosungsvideo schon gesagt, die haben jetzt ihre Geschenke bekommen, bevor ich diese Flaschenpost gemacht habe, habe ich euch die Geschenke zukommen lassen. Das heißt, Tarnitz, Russia3687 und Jadefalken, prüft eure E-Mails und prüft euren Spam-Ordner. Wenn ihr die E-Mails bekommen habt, den Link anklicken, das Geschenk akzeptieren und schon habt ihr den Container bei euch im Hafen stehen und könnt ihn dann eben öffnen. Für alle anderen, die Geschenke haben wollen, aber noch keine haben, herzliche Einladung zum Advents-Gewinnspiel bei uns hier auf dem Kanal. Wir machen jedes Wochenende ein neues Gewinnspiel für euch, so eine Lichterkette, ja, und ja, dann habt ihr vielleicht die Chance, es geht jetzt aktuell um die großen Nikolaus-Geschenke. Nicht die Mega, aber die großen. Was können denn, was kann denn in solchen Nikolaus-Geschenken drin sein? Ja, also, das sind jetzt übrigens die neuen Weihnachtsgeschenke, das möchte ich gleich schon mal vorweg sagen, ne, kommen jetzt nicht noch Weihnachtscontainer. Weihnachtscontainer. Diese Geschenke sind die neuen Weihnachtsgeschenke sozusagen, die starten von heute an und werden mindestens bis Ende des Jahres wahrscheinlich im Store sein. Keine Information, das ist mein persönliches Gefühl, weil am Ende des Jahres, zum Anfang nächsten Jahres, gibt es neue Container und das sind die sogenannten Neujahrscontainer, die dann auch wieder die Möglichkeit bieten, hier diese Belle Epoche-Sammlung und so weiter abzuschließen. Das heißt Belle Epoche, neue Epoche sozusagen oder schöne Epoche oder schöner Abschnitt, wie auch immer man das dann übersetzen will, das würde dann auch dazu thematisch passen. Deswegen könnt ihr ja quasi hier schon mal von Santa eure Nikolaus-Geschenke abgreifen oder eben mitnehmen oder eben verschenken, wie ihr das eben möchtet oder bezeichnen möchtet. Wenn ihr in-game dabei seid und diese Geschenke das erste Mal seht, dann könnt ihr natürlich auch eure Geschenke in-game bekommen. Also nicht nur alle, die das erste Mal dabei sind, sondern jeder von euch, der sich vielleicht heute noch gar nicht ausgeloggt hat, weil er so viel World of Warships spielt. Dann geht ihr auf das Schiff, klickt hier auf den Button rauf, kommt dann zu eurer In-game-Seite und damit ruft ihr automatisch zwei Geschenke ab, die euch Wargaming nämlich gibt. Nämlich 2,90 Cent, also Standard-Christmas-Container, also hier Nikolaus-Container, die ihr dann auf dem Schiff öffnen könnt. Bei mir waren 300 Dublonen drin und nochmal Tarnung, diese Neujahrsschlangen-Tarnung, vier Stück. Das ist halt der Standardbereich. Was gibt es denn für Geschenke? Ihr habt es eben schon gesagt, hier Nikolaus-Geschenk, das ist ja Standard-Geschenk, kostet 90 Cent, 300 Dublonen, 10.000 Free XP, 2.500 Kohle, dann verschiedene Tarnmuster, Neujahrsluftschlange, Typ 59 kann dabei sein oder eben Standardsignale. Dann gibt es die nächstgrößere Ausgabe davon, wer die 90 Cent nicht ausgeben möchte, sondern lieber gleich 2,70 Euro und damit das Spiel unterstützen möchte und dessen Entwicklung, der kann dann hier großes Nikolaus-Geschenk kaufen. Die Drop-Rate für diese Schiffe, die hier erwähnt werden, also zum Beispiel eben Mystery, Grim Yachi, Nikolai I., Michael Kutus of Belfast, da sind teilweise Schiffe dabei, die könnt ihr ingame noch gar nicht mehr bekommen oder schon gar nicht mehr bekommen. Im Store zum Beispiel könnt ihr sie nicht kaufen, das ist wirklich was ganz Besonderes, kann man in dem Fall sagen, aber die Drop-Chance ist natürlich immer höher, umso höher man, umso mehr Geld man irgendwie halt ausgibt, sage ich jetzt mal. Es gibt halt Nikolaus-Geschenke, große Nikolaus-Geschenke oder mega Nikolaus-Geschenk, das heißt die Drop-Rate ist logischerweise, ja, ist wahrscheinlich so höher, umso mehr Geld man für Wargaming sponsort, sozusagen, damit das Spiel weiterentwickelt werden kann, um es jetzt mal so auszudrücken. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wie gesagt, 1000 Dublonen, großes Nikolaus-Geschenk, 7500 Kohle, dann gibt es auch wieder hier besondere Spezialsignale, roter Drache und solche Sachen, die können alle in diesem Geschenk eben mit drin sein. Und im ganz großen, also in dem Mega-Nikolaus-Geschenk, habt ihr dann sogar noch mehr und noch besondere Tarnung hier, Frühlingshimmel, asiatische Laterne, Mosaik und dann gibt es 2000 Dublonen, 12500 Kohle und natürlich, wie ich eben schon sagte, die Drop-Chance für eines dieser Schiffe ist dann deutlich erhöht. Die Schiffe, die da drin sind, 10 Fertigkeitspunkte hat der Kapitän, die auf dem Schiff dann sind und ihr kriegt natürlich einen Liegeplatz im Hafen geschenkt. Also ein 10er Kapitän plus ein Schiff und ein Liegeplatz ist ganz ordentlich, denke ich mal. Also wenn man Glück hat und gleich am Anfang da möglicherweise Schiffe rauszieht, das wäre schon eine tolle Sache. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeiten, entweder lasst ihr euch beschenken oder ihr beschenkt euch selbst oder ihr verschenkt, so wie wir das immer wieder gerne tun, bei unseren Livestreams. Also nur nochmal zur Erinnerung, dienstags 20.30 Uhr und samstags um 20 Uhr ist in der Regel bei uns Livestream. Und ja, es ist Weihnachtszeit, vielleicht bekommt ihr ein oder andere Container, also Weihnachtscontainer ja auch mal zu euch, vielleicht habt ihr Glück. Und wir verlosen dann gerade einen Container, wenn ihr dabei seid. Schaut gerne mal rein. So, weiter geht's. Öffentlicher Test. Runde 2. Das hatten wir, ja letzte Woche gab es die Runde 1, die ist soweit durch. Und jetzt gibt's vom 6. Dezember bis zum 10. Dezember die nächste Runde, wo man hier so ein bisschen die Premium-Kontozeit, also direkt im Game kaufen kann. Das ist natürlich nur für den Test-Server, ne? Ihr kriegt da Dublonen zur Verfügung gestellt und könnt das ein bisschen ausprobieren. Dann gibt's jetzt Schneeflocken-Event, was ihr durchspielen könnt. Stufe 6 und 7 gibt's dann Kohle und Stufe 8 bis 10 gibt's dann eben Stahl. Und ja, wie gesagt, wenn man gewisse Punkte auf dem Test-Server erreicht, dann kriegt man dafür Signalflaggen oder Tarnmuster oder Premium-Spielzeit, die dann aber auf dem Live-Server gut geschrieben werden, als Dankeschön für deine Zeit. Wer mitmachen möchte, ich werde wie immer alle Artikel, die wir hier oben drin haben, unten im Video verlinken. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, euch das direkt nochmal aufzurufen. So, und dann kommen wir zum allernächsten Punkt. Es gibt schon wieder Container. Wir hatten gerade erst Geschenke, Nikolaus-Container, jetzt gibt's Twitch-Container. Und zwar am 7. Dezember, also ab morgen, könnt ihr Twitch-Container mitnehmen. Ich vermute mal, das ganze Wochenende, es ist aber kein genauer Zeitraum genannt worden. Es wird jetzt hier nur gesagt, ab dem 7. Dezember. Ja, müssen wir mal gucken, wie das dann tatsächlich stattfindet. Und hier steht das, ab dem 7. Dezember. Und am 7. Dezember gibt's natürlich dann auch Streams von World of Warships persönlich. Aber, das ist nicht alles. Ihr müsst nicht nur bei World of Warships persönlich vorbeigucken. Sondern ihr könnt auch die ganzen Kontributoren und natürlich auch jegliche andere Streamer, die World of Warships streamen, gucken. Und ihr bekommt dann diese Sache gut geschrieben. Wie funktioniert das? Ihr loggt euch in euren Account hier oben rechts ein. Und dann, wenn ihr auf dieser Oberfläche seid, wo ihr das Passwort auch ändern könnt und so die ganzen Döns-Geschichten hier, könnt ihr an der Seite den Twitch-Button drücken. Dann werdet ihr weitergeleitet und auf dieser Seite gebt ihr euren Twitch-Account ein. Und dann wird der mit eurem Wargaming-Account verbunden. Und wenn das miteinander verbunden ist, dann muss der Streamer, den ihr schaut, nur noch folgendes in seinem Kanal stehen haben. Nämlich, wenn ihr den Stream schaut, wir sind hier auf unserem Twitch-Kanal, dann muss hier in der Kategorie World of Warships stehen. Weil, das ist der Faktor, woran Twitch erkennt, dass das ein World of Warships-Stream ist. Da kann ja auch ein anderes Spiel stehen und er kann trotzdem World of Warships-Stream... Er kann World of Warships-Stream, aber hat da meinetwegen, keine Ahnung, irgendein anderes Spiel stehen. Dann wird das aber euch nicht gut geschrieben werden, weil das über diese Kategorie-Geschichte nämlich läuft. Die Kategorie, wenn ihr in der richtigen Kategorie guckt und dann einen Account habt, der mit dem Twitch-Konto... Der Twitch-Konto ist mit eurem Wargaming-Konto verbunden. Dann können euch nur diese Random-Drops, diese Twitch-Container, ja, gut geschrieben werden. Das ist der wichtige Hintergrund dabei, da müsst ihr aufpassen. Ja, manchmal vergisst man das einfach, das ist nicht mal böse Absicht, wenn man als Streamer die Kategorie nicht aktualisiert hat, ja. Also, kann also durchaus sein, ne, immer schön ein Auge drauf haben. Prinzipiell eine coole Geschichte, in diesen Containern können dann wieder ganz besondere Sachen sein, hier, die in den Twitch-Containern eben mit so drin sind, ne, also Twitch-Tarnungen, Wanderglobig, da gab es so einen Twitch-Erfolg, wenn man den nicht schon hat, ja, und, ähm, ja, so eine nette Kleinigkeit, ne. Dann geht's zum nächsten Thema, ne, Chat-Moderation. Ihr habt immer schon mal Situationen gehabt in-game, wo ihr vielleicht enttäuscht wart, aber euch richtig verhalten habt. Nämlich, ja, ihr habt inne gehalten, habt versucht trotzdem, ähm, das Spiel vielleicht zu gewinnen, indem ihr die Mitspieler ein bisschen anfeuert und ihr habt nicht gegen die Regeln verstoßen, indem ihr die Leute beschimpft oder, ähm, andere Sachen im Chat macht, die da nicht hingehören. Das wird in Zukunft nämlich noch schwerer für diese Leute, weil in Zukunft nämlich, äh, die Chat-Logs regelmäßig re-reviewt werden, also nochmals durchgegangen werden am Tag. Ich denke mal, die haben da zusätzliches Personal eingestellt und wahrscheinlich auch eine elektronische Möglichkeit gefunden, bei so vielen Gefechten wie hier am Tag stattfinden, diese Chat-Logs zu prüfen. Und da wird dann halt alles rausgefiltert. Weiterhin ist es an euch, wenn euch Spieler auffallen, die sich falsch im Chat verhalten, gegen die Regeln von Wargaming und World of Warships verstoßen, bitte meldet die weiterhin über das Report-System, weil somit es noch leichter wird, Unruhestifter und, äh, ja, Fehlverhalten eben zu bemerken und den entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen für Wargaming. Und deswegen ist es nur eine zusätzliche Funktion, nicht, dass die alte Funktion, die quasi mit dem Melden schon, ähm, ins Spiel integriert wurde, damit abgeschafft wird. So, und dann kommen wir zu den 3D-Modellen, die ich euch das letzte Mal ein Stück weit vorenthalten habe, weil es irgendwie bei mir Probleme gab, äh, diese Modelle alle zu laden. Jetzt habe ich sie vorbereitet und ich zeige sie euch jetzt. Also, die Yahagi ist das erste 3D-Modell, was wir hier vorstellen. Das ist ein T5-Kreuze der Japaner, äh, besonders interessant sind sicherlich die maximale Feuerreichweite von fast 15 Kilometer. Die Entdeckbarkeit ist standardmäßig bei 11,3, aber ihr könnt da Tarnungsmodul reinbauen, ähm, nicht der Tarnungsmodul, sondern die, ähm, die Tarnungsskill gibt dann ja 10%. Eigentlich gibt es die jetzt aktuell, glaube ich, noch 12%. Das soll ja runtergesetzt werden, rechnen wir mal mit 10%. Und eben, ähm, die Tarnung, die hier schon drauf ist, dann seid ihr auf jeden Fall mal um und bei 10 Kilometer und könnt, ähm, halt 15 Kilometer schießen. Eure Torps gehen auch 10 Kilometer, das heißt, ihr seid dann so auf dem Niveau, wo ihr vielleicht sogar noch verdeckt torpen könnt. Und jetzt kommt auch nochmal eine Besonderheit. Die Torpedo-Tubes, also die, äh, die Raketenwerfer, wollte ich schon sagen, die Torpedo-Werfer haben einen Alpha-Damage 12.967. Das ist jetzt hier alles Supertest. Also nehmt diesen Wert nicht für voll. Das kann also durchaus sein, dass der nachher viel niedriger ausfällt. Wie bei allen 3D-Modellen und allen Werten, die ich euch jetzt gerade sage, kann das alles noch viel, viel anders kommen ins Spiel. Das ist alles Supertest und kann sich alles jederzeit verändern. Teilweise 3, 4, 5, 6 Mal. Wir erinnern uns an die Prinz Alte, die dreimal verändert wurde, zum Beispiel. Also, das ist nun mal so nice to know. Die Torpedos haben hier eine Geschwindigkeit von 67 Knoten zumindest vor dem Supertest oder jetzt im Supertest aktuell. Weil kann man noch sagen, nach Ladezeit 10 Sekunden, 2,0 Sigma und, äh, 13% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist, äh, das, was man vielleicht noch da erwähnen soll. Und dann kommt, das, äh, Besondere bei der ganzen Geschichte ist nämlich, dass bei den Schiffen, die ich jetzt euch vorstelle, die Verbrauchsmaterialien nämlich schon dreifach hinterlegt sind. Was soll das heißen? Ich zieh das mal kurz rüber. Hier ist das zu sehen, ja. Ähm, ihr habt es jetzt hier so. Wir haben ein Schatzbegrenzungsteam, wir haben eine Hydroakustik und wir haben einen Abfangjäger, aber dann gibt es hier das Standardverbrauchsmaterial, dann gibt es das Premiumverbrauchsmaterial und dann gibt es hier plötzlich eine dritte Kategorie. Ja? Damage Control Party 3, Hydroakustik 3 und Katapultflieger 3. Was ist da los? Wurde bis jetzt noch nie drüber gesprochen, dass es eine dritte Kategorie geben soll. Hat das vielleicht irgendwas mit dem World of Warships Premiumkonto zu tun? Diesen exklusiven Konto, der nur für World of Warships quasi funktioniert und wenn man World of Tanks spielt, ist man quasi Standard-User? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu unten unter das Video, dass es da jetzt ein drittes Verbrauchsmaterial geben soll. Ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Meinungen sind. Ich kann jetzt hier auch keinen Werte, also keinen Unterschied in den Werten finden. Also die Dauer, wie die Hydroakustik aktiv ist, der Cooldown ist genau identisch zwischen der 3er- und der 2er-Stufe, also dem Premiumverbrauchsmaterial. Auch die Reichweiten sind komplett identisch. Keine Ahnung, was das wird, aber wir können gespannt sein. Wargaming hat sich wieder was Neues für uns ausgedacht und lässt jetzt in Vermutungen jede Menge Raum. So, wie gesagt, das hier ist die Yahagi und jetzt gehen wir gleich weiter zur Leone. Ein italienischer Zerstörer, wo sofort ins Auge fällt, dass ihr hier vier Türme habt. Eins, zwei, drei, vier. Und jeder Turm hat nicht etwa ein Rohr, sondern jeder Turm hat zwei Rohre. Das heißt, ihr habt acht Mumpeln und das Kaliber hier ist mit 120 Millimetern angegeben mit einer Schussreichweite Ich bin auf der falschen Karte mit einer Schussreichweite von 12,1 Kilometer. Also ein richtiger Gun-DD, also so ein japanischer Gun-DD, kann man sagen. Die Torpedos sollen 12 Kilometer weit schießen, also weit schwimmen und hier wird angegeben ein Doppelwerfer, sozusagen zwei Werfer, zwei Rohre, kann man hier sehen, die dann einen Schaden austeilen. Alpha, 13.367. Auf Tierstufe 6 soll dieser Schiff unterwegs sein. Nachladezeit für die Torpedowerfer 60 Sekunden für 12 Kilometer Tops. Alter Schalter. Ja, gucken wir mal. Da schwimmen die anderen Torps noch, wenn ihr schon wieder neue ins Wasser werfen könnt, so ungefähr. Sigma 2,0. Nachladezeit der Türme 8,5 Sekunden. Aber die Wendezeit ist relativ lang. Mit 22,5 Sekunden dauert der Turm doch relativ lange, die 180 Grad zu überwinden. Und 6% ist hier die Brandwahrscheinlichkeit. So. Auch hier gibt es wieder dieses Sonderverbrauchsmaterial, was dann auch ein Nebelwerfer, Schanzbegrenzungsteam, Motorboost. Also dieses violette Verbrauchsmaterial, diese dritte Stufe wurde da halt jetzt auch mit eingesetzt. Zumindest hier in dem Supertest erstmal. So. Und dann kommen wir zur nächsten Stufe. Und die ist dann schon gleich eine Ecke höher. Wir sind bei T9. Neustraschimi heißt dieser Zerstörer der Russen. Was hier sofort auffällt, meiner Meinung nach, ist, dass er vorne und hinten jeweils nur einen Turm hat. Das heißt, ihr habt hier zwei Rohre 130 Millimeter verbaut bekommen oder könnten verbaut werden. 12,75 ist hier die Feuerreichweite. Und was auch auffällt ist, zwei Torpedowerfer in der Mitte und zwar fünf Rohre, Schwimmweite der Aale, 10 Kilometer. Also ganz ordentliche Geschichte. Zerstörer 36 Sekunden, äh, 36 Sekunden schnell, 36 Knoten schnell, 7,1 ist die Entdeckbarkeit. Das heißt, ihr habt hier zweimal 10 Prozent, die ihr abziehen könnt über das Modul, über den Kapitän und dann über die Tarnung nochmal 3 Prozent. Das heißt, ihr seid unter 5,8, 5,7 Kilometer irgendwo da, werdet ihr angesiedelt werden von der Sichtbarkeit des TDs. Und das, wie gesagt, bei einer Torpedoreichweite von 10 Kilometer. Ich glaube, der könnte, äh, das ist der erste, so richtige, typische, also so ein, so ein DD, der komplett auf dem, ähm, auf Torpedo ausgerichtet, also diesen auch als Schwerpunkt hat, ne? Ich glaube, bei den Russen gäbe es noch nicht so viele, die so einen richtigen Torpedoschwerpunkt haben. Und so spät erst aufgehen mit 5 Komma, hast du ja nicht gesehen, Kilometer. Also, äh, interessante Geschichte. 10 Sekunden dauert die Turmdrehzeit hier, 4 Sekunden die Nachlehrzeit, Sigma ist 2,0 hier angegeben, 8 Prozent die Brandwahrscheinlichkeit, die jetzt hier zu Buche steht, äh, im Test. Und auch hier gibt es Verbrauchsmaterialien und ja, gar nicht so wenige, vornehmlich ganze 5 Stück. Schadensbegrenzungsteam, Nebelwerfer, defensive Flakfeuer, Reparaturmannschaft und den Motorboost gibt es da auch noch. Und das alles auch in drei Kategorien, Standard, Premium und, ähm, Magenta, sag ich jetzt einfach mal, ähm, was dann da zur Verfügung bekommt, das Schiffchen. Ähm, also auf T9, relativ stark würde ich sagen, die Trefferpunkte sind auch recht beeindruckend, 20.500 Trefferpunkte, das haben manche DDs nicht auf T10, ja? Also, auch nicht, äh, zu verachten. Und dann kommen wir schon, äh, zum letzten Punkt, das ist nämlich dann die Azumaya. Azumaya, und zwar wird da das japanische Gegenstück zur Alaska und zur Kronstadt, ein T9-Schlachtkreuzer, 310-Millimeter-Kanonen, ähm, sind da verbaut. Drei Türme, a drei Rohre und, äh, haben auch da Besonderheiten. 71.800 ist der Hells Pool, den ihr da habt, 19 Kilometer weit könnt ihr schießen, es gibt keine Torpedos, man, äh, Geschwindigkeit sind 34 Knoten und die Ruderstellzeit 13,9 Sekunden. Der Wendekreis ist relativ groß mit 920 Metern. So, was haben wir hier noch? Turmdrehzeit um 180 Grad bei 36 Sekunden, Nachladezeit sind 18 Sekunden, Sigma 2,05, also ziemlich genau die ganze Geschichte. Ja, und dann, ähm, können wir hier nochmal zur Brandwahrscheinlichkeit sagen, genau HE, 27% Brandwahrscheinlichkeit, wobei hier sicherlich die AP-Granaten nicht zu verachten sind. Und auch hier haben wir Consumables, die ihr verbrauchen könnt, also Schadensbegrenzungsteam, wir haben, äh, defensives Flakfeuer, wir haben ein Aufklärungsflugzeug und wir haben die Reparaturmannschaft natürlich und dann gibt's die Hydroakustik, die man mit dem defensiven Flakfeuer tauschen muss oder kann. Und auch da sind dann wieder, ist das dritte Verbrauchsmaterial dann wieder im Spiel verfügbar. Also da bin ich echt gespannt, was sie mit dem Verbrauchsmaterial machen. Sonst, wie gesagt, Schiffchen sieht echt, äh, schnieke aus, so typisch japanisch, sag ich jetzt einfach mal, ähm, gucken wir mal, wie sich dieser Dampfer dann im Spiel macht und ob es vielleicht mittelfristig dann doch nochmal eine Schlachtkreuzerkategorie gibt und kein, weil das ist eigentlich jetzt in der Kreuzerkategorie einkategorisiert, ist aber doch eher typischerweise ein Schlachtkreuzer, das Kaliber ist so groß, ja, mit 310 mm ist schon ganz schön heftig, das würde ganz schön, äh, wehtun, wenn du da im richtigen Winkel von dem Schiff getroffen wirst. Sicherlich sind die Dinger dann auch wieder besonders verwundbar an der Seite, das wird, äh, äh, so typisch sein, das ist ja bei den Schlachtkreuzern häufig so, also zumindest aktuell noch, ob nur Stalingrad oder eben, ähm, die Kronstadt oder die Alaska wird ja doch auch sehr, sehr ähnlich in diese Richtung gehen. Gut, und das war es eigentlich schon mit den Themen, die wir, äh, für euch haben. Aktuell läuft noch unser Adventsgewinnspiel, wenn ihr daran teilnehmen wollt, es gibt aktuell dann jetzt große Nikolausgeschenke, äh, bei uns abzustauben. Wir haben noch bis Samstag 12 Uhr, ist, könnt ihr bei dem Adventskettengewinnspiel mitmachen und am Samstag startet dann, wenn ihr diese verpasst habt, äh, das nächste Gewinnspiel, nämlich dann für Mega-Container. Wir werden euch nämlich dann drei große Container, also die Mega, ähm, Nikolausgeschenke zur Verfügung stellen und diese damals da auch dreimal verlosen. Vielleicht habt ihr ja dann da ein bisschen Glück mit den Containern. Ich möchte auf jeden Fall sagen, danke für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitgenommen, die ihr vielleicht noch nicht hattet, in der Art und Weise. Würde mich freuen, wenn es so ist. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lade ich euch herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke nicht vergessen, damit ihr jede Flaschenpost seht, wenn wir sie dann zur Verfügung stellen. Wir versuchen das immer möglichst schnell und zeitnah, die Informationen euch zu geben. Wenn es euch gefällt und ihr vielleicht einen Kumpel habt, der dieses Tier noch nicht kennt, gerne weiterempfehlen, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, vielleicht in einem Livestream oder halt, äh, bei einer Schiffsvorstellung oder der nächsten Flaschenpost hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Marara. Ahoi. Ciao, ciao. Seekrauts Seekrauts